So, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Itemmade Chicken Horse. Richtig, motiviert auf jeden Fall die Leute hier. Basti baut direkt die Gondel. Hallo, die ist voll important. Basti, spring da runter. Warum? Einfach nur so. Wie steht Leon da? Ja, verstehe ich auch nicht. Richtig Dösung gewesen. Ich wollte gerade auch... Leon holst du das Paket da links. Wo du erster werden kannst. Ja. Ich brauche die Punkte, okay? Ja, neues Rewe. Für Basti. Ist ein bisschen Dösung. Dösung. Ja. Bisschen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen krank. Wie stehst du da? What the fuck, ey? Leon cheatet. Ich hab mal ganz klar gesehen. Oh ja, ich hab das Spiel runter. Okay, das muss ich vielleicht nicht machen. Äh. Äh. Kann ich die da oben? Ne. Aber ich kann die hier platzieren. Oh man. Ähm. Ich bin ein bisschen krank. Ich glaub das hört man auch. Das wollte ich nur einmal kurz vorab nochmal sagen. Ich bin ein bisschen krank. Die Blumen sind Freunde. Die schwecken ich nicht. Ich möchte keine Münzen. Was machst du da Basti? Nichts. Stimmt aber. Ja, aber das auf eine sehr professionelle Art und Weise. Peter sieht das behindert aus. Ich hab Angst wegzurutschen. Okay, ich warte. Nein! Angst wegzurutschen. Easy. Basti hat Underdog! Yay! Sollten wir bei der Map vielleicht mal reinmachen, dass wir weniger Punkte kriegen? Ja... Wir können generell mal machen, dass wir weniger Punkte kriegen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Jetzt noch zwei normale Runden. Gutes Brett, Basti. Also muss ich schon sagen. Halt dein Maul. Nein! Das ist mir direkt so aggressiv, weißt du. Bitte Leon, stirb! Nein! Was war das denn, Basti? Ey, das macht ihr! Das ist echt schwer! Ja! Also ich hab mich mit Absicht umgebracht, was Leon gemacht hat, keine Ahnung. Warum hast du dich mit Absicht umgebracht? Wieso sollte ich random einfach runterspringen? Warum solltest du dich umbringen? Heiz auf! Weil, das ist so unwahrscheinlich, ne? Was, die ohne Scheiß. Willst du echt den Honig da wegmachen? Willst du dann nicht lieber nur das Eis? Ah, Hurensohn-Modus. Willst du mich verarschen? Ich setz was, Niklas... Oh, egal. Das war ne Münze. Die Münzen sind auch kacke. Oh! Oh! Nein! Voll der Vorgesprung. Pflanze! Nein! Leon, verliere! Alter! Wie close das war! Bitte stirb noch! Nein! Ich hasse Münzen! Guck dir an, wie viele Pumpkin-Punkte er bekommt! Das nächste Mal schalte ich die Münzen aus. Ich hab keine Münze gesetzt. Münzen sind wichtig. Ohne Scheiß, ich mach die Münzen das nächste Mal einfach aus. Ich hab Angst! Blume! Das wäre so schön gewesen, wenn sie dir einfach in die Fresse gauern hätte. Nein! Unverdient! Oh, 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 oh! Unverdient! Na gut, dann haben wir aber jetzt noch ne neue Map. In dieser Folge. Geheckt! Ja! Ja! Warum machst du... Wie machst du... Wie hast du grad den Michael Jackson gemacht, Alter? Du bist rückwärts gelaufen! Bin ich? Ja! Okay. Ja, ja, hier oben fallen so Eisbrocken runter, die töten dich. Das Boot fährt rüber. Hier, das hier. Das fährt rüber, okay. Ja, von hier. Oh nein! Oh, das hätt ich andersrum machen sollen. Oh! Oh! Nein! So auf mich bin ich hochgekommen. Zu einfach! Och, geil, Alter! Möchtest du den... Ja, so rum! Woah! Hey, Leon wurde voll getroffen! Woah! Leon wurde getroffen! Oh nein, die bewegst dich! Ja, ich bin so dumm! Oh! Okay! Oh! Nein! Oh, ich bin da voll drauf gefogen! Oh, ich zum Kopf! Oh, Mann! Noch mehr Türen! Ja! Äh, Türen sag ich schon. Treppen. Wir bauen hier ne Treppe hoch. Alter! Ah! Nein! Nein! Verdammt! Leon, komm schon! Türen mal in das Iglu! 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 Vertrau mir! Du stirbst nicht! Türen mal in das Iglu! Stüren mal in das Iglu! Da passiert nichts! Oh! Ja,一些... Türen mal in die X king Ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann. Wenn wir hier mal Klima klappen, an dem Boot bitte. Aber warum? Wie können wir die Segel da drauf tun? Ja. Na gut. Lass mich doch durch die Tür gehen. Nein! Ja! Basti will gar nicht mehr reden diese Folge. Jesus von Loops. Halt den Maul, Leon. Au! Nein! Oh! Gehen wir Türen. Ja, mach die einfach direkt davor. Dann kriegst Basti aber keine Pfeilenpunkte. So, Leon macht das Whisky. Mann! Oh Mann! Oh! Oh! Okay, ich glaub die beiden Pfeile sind ein bisschen... Stark! Ja, vor allem anstatt die aus verschiedenen Seiten kommen zu lassen, haste. Ja, die Türen gehen gar nicht gleichzeitig auf. Nein, nein! Oh Mann! Ich bin so dumm. Los Basti, ich schaffe es. Von Linken kam Feuerball. Wir müssen mal hier Punkte machen, das kann doch nicht sein. Au, schwarzes Loch. Ich mache jetzt was richtig krasses. Ja, mehr Pfeile. Ja, klar. Warum werde ich getroffen, aber Leon nicht? Alter. Oh, er kriegt den Punkt. Als ob, Alter. Er wäre selbst tot gewesen. Das sehe ich jetzt gerade nicht ganz ein. Ist heute Basti wieder am Start, weißt du? Macht richtig Laune dann. Heute Basti! Hier, kann man da hoch springen. Geil. Dann rutscht man sich aus und schlägt man sich die Knie auf, weißt du? Oh, oh, warum? Das ist doch behindert! Ja, Mann! Oh, und noch einer. Und noch einer. Ich finde das mit den Pfeilen super geil. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. Nein! Was? Du musst sprinten! Leon! Mann! Was? Wie soll ich... Alter! Oh Mann, ich wusste nicht, dass das da anhält. Nein! Noch drei Runden! Basti gewinnt! Noch mehr Pfeile! Atombombe! Was ist denn richtig behindert? Das hier? Ach das weg, was Basti gebracht hat? Nein, so gemeint bin ich nicht. Basti ist jetzt schon sauer. Ja, warum eigentlich? Guck mal! Ich bin nicht mehr zäuer. Basti möchte nur nicht mehr mit uns reden. Alter! Alter, hast du den Fall gesehen bei mir? Nein! Oh! 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 Jetzt hast du ein Problem. Hä? Bei mir wurdest du voll in der Säge... Also du warst voll in der Säge. Nein! Nein! Oh Mann! Alter! Was ist das? Zwei Runden! Oh fuck! Lass uns einen Weg oben rüber bauen! Wumm! Also wer das schafft, das Gehlecht durchzuspringen, hat halt Glück! Jetzt kannst du das locker easy schaffen eigentlich! Ja, das möchte ich sehen! Also locker easy? Also man kann's schaffen, aber... Ich bin zu nahmlich, diese zwei Türen hochzukommen! Du springst nicht weit genug, wenn du da rüber willst! Du springst nicht weit genug, wenn du da rüber willst! Es sei denn, du kannst auf die armen Brust! Okay! Das war meine Idee! Oh nein! Oh nein! Du wurdest fast getroffen! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Da kann ich noch mal abwehren! Blume! Ja! Blume! Ja! Hier drauf! Ja, mach die da drauf! Ich hab' das Gefühl, Basti hat irgendwas da in das Eis gesetzt, dass wir nicht säen können. Und der hatte auch ne Säge. Das heißt, der irgendwo ist jetzt ne Säge versteckt. Oh, nein! Oh! Nein! Oh! 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 Okay! Okay! Da ist ne Säge. DU GESONN! Warte, warte. Abschätzen. Abschätzen. Warte. Warten. Warten. Okay, fühl wo die Säge ist, Niklas. Okay, warte, ich sag's dir. Ah! Okay, da warte ich. Mach! Du hast mich angelogen. Du hast trotzdem gemacht. Aber welche Art und Weise, Niklas. Oh, Mann. Traurigste Runde ever. Ich möchte Anzeige erstatten gegen die Armbrust. Ich würd sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao. Ciao.